hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürme ja heute haben wir schon den 5 dezember und es ist noch 19 tage bis heiliger abend und wir hatten schon vier türchen geöffnet ich zeige euch mal noch mal die ganzen karten hier mit power gregory dann haben wir leib holt dann haben wir soll ich sagen ruben hennings das bender renato steffen und tobias kempe so dann öffnen wir mal türchen nummer fünf ich denke mal ihr habt schon alle türchen nummer fünf gefunden und dann öffnen wir dieser mal und zwar haben wir hier türchen nummer fünf wir haben wieder zwei karten drin und zwar haben wir diesmal bundesliga moment nils petersen angriff wert 86 abwehr wert 37 dann haben wir einen marktwert von 9 millionen und dann kommen wir zur zweiten gerade das ist dominicor von leverkusen ein mittelfeld spieler dann haben wir hier abwehr wert 67 also könnte ein defensiver mittelfeld spieler sein und dann haben wir noch einen angriff wert von 54 und einen marktwert von 5 millionen so das waren dann diese zwei karten in türchen nummer fünf morgen kommt türchen nummer sechs habt ihr es schon gefunden morgen ist auch nikolaus tag da bin ich mal gespannt vielleicht sind hier drei karten drin ja dann sehen wir uns morgen und auf wiedersehen